Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Let's Play! Obwohl es ist gar nicht mehr so neu, da sind schon einige Folgen raus. Das sind jetzt wahrscheinlich Folge 5. Aber, was für Eier. Und in der letzten Folge, da haben wir eine Herausforderung nicht geschafft. Doppelkill. Aber es nützt bei mir gar nichts. Das ist mittlere Rüstung. Das war's für mich. Das kann ich gebrauchen. Die ziehe ich jetzt gleich an. Ja, weil er zeigt, ob das für mich ist. Ja, bei mir war's ja so. Ich kann mich glücklich schätzen. Doppelkill. Er hat die Herausforderung nicht gestanden. Ich muss schnell hier was einstecken bei mir. Ein Handy. Also, du bekommst ja alles. Einen Moment. Sonst bin ich nicht mehr erreicht. Doppelkill. Und das ist nach heutigen Zeit nicht zu gebrauchen. Doch. Ja, was wollen wir? Wollen wir weitermachen? Die Mission weiterführen? Oh mein Gott. Mein Handy ist gerade. Äh, welche Richtung wissen wir? Doppelkill. Also welche Richtung bist du gelaufen? Wieder zurück? Ach du bist da in die andere Richtung? Ja, ich bin direkt durch, äh... Ja, mach mal erstmal die Mission weiter. So gesehen die Spinnen gelaufen? Ach, ich muss da hinten dann noch was erforschen. Aber das ist nicht von Priorität. oh mein gott ich habe da war ich habe ich bin da hier fest abgeben ich komme ich komme ich komme ich komme damit das spinnengift gegen die assassinen gefunden als wir kommen jetzt direkt spaß ist die absichten ja mega schild was hat es da zähigkeit wahrnehmung ablenkt wahrscheinlich kritischer parade wert moment wird achtest das ist von der könig spinnen was ist das denn man die schade mit mir das nachher macht es nachher auch benutzen dieser dieser gegenstand startet eine feste vereins kommen wir starten die königin aufs mal geschaut ich schaue dass die königin aufs mal geschaut was ist das denn das ist ja der interessiert am starken gift wenn wir bekommen dafür geld dass das was das eigentlich was hier abgegangen ist ja ich habe auch gestartet jeden haben wir keine mission mehr und wir sind schon sprengstoff dank der ist da drüben lassen dorf die haben das zeug geklaut und da müssen wir jetzt zurückholen junger was wachsen doppel kill machst die herausforderung da drücke ich jetzt hier brauche ich nicht was auch geht gedrückt mit das bedarf gedrückt drück nur bedarf wenn du es gebrauchen kannst sonst ja für das ist da ja okay wollen wir mission weiter machen dann müssen wir da lang das kann ich sogar gebrauchen doch nicht ich muss da direkt bewachen bewachen ich muss danach ich muss davon nach hinten und nach links aber doch ich habe meine jahre wert verkunder quest kannst du zwar mitkommen kannst gucken was ich so machen muss eigentlich wir dann kommen mal mit mir mit ach was sie noch nicht gemacht was sie müssen schon gemacht damit denn Bomben suchen die Kanonen von Blut steinern und jetzt haben Blut steinern anzunehmen Körschen was er macht was die Mission rekt und liebe heißt sie wer geht die tschuhe Sprengstoff okay um er ist kein kunst aber da nutzen bergert den schuerspannstoff muss ich jetzt nachdem ich bin hier oben drauf das kann ich sogar wenn man mit der stopp 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 auf auf jetzt haben wir uns jetzt schweres und das ist für dich ich kann jetzt ja da ich den gar nicht gebrauchen kann das finde ich auch gut gemacht kann die rüstung gar nicht gebrauchen auch so kann ich auch nur leute monster ja ich glaube ich bin es gern das macht sinn das macht echt sinn ja die kann ich hier brauchen wir müssen mal hier nur kummer häuptling das haben sich gut gemacht ein mieter drum bevor die zeit abläuft ja wir sind schon dran wir sind schon dran ohne kiste wohl leben ist wichtiger wir sind schon dran ich weiß nicht mehr ist wir haben eine röhre sie müssen hausend von nicht kommen so viel es geht eliminieren überall direkt sollen zu sein das einer ja jetzt machen die herausforderung macht natürlich jetzt schon hier noch jeder wohl sind die von dem jetzt fast klar dass ich glaube die herausforderung können wir vorerst mal knicken das sind zwei hallo wo seid ihr truppen ja da kommt der krieger und heute schon weg e und f das war wo hast du einen gefunden ach nee das bist ja gar nicht du sie von beide gewertet das ist ein bisschen doof wie viele prozent hast du bei der herausforderung gut sonst wären wahrscheinlich extrem wieso wird das eigentlich für uns beide gewertet aber jetzt habe ich 19 prozent es wird nicht für uns beide gewertet sind es ja du wie viel prozent hast du ich habe jetzt 22 total extrem lange bis meiner fähigkeiten einsetzt 25 prozent 19 prozent konnte man echt schaffen vielleicht jetzt meine maus ich kann mein bild nicht hin das ist ein scheiß krieger ja es könnten könnte man schaffen hätte noch zu schwächen aufspüren aber ich setze gut wie nie ein da wird 36 prozent kommst jetzt eine beinahe sich die fähigkeiten so nicht ein wort zum potzen 39 wie lange hast du noch zeigt ich habe 20 sekunden ich habe jetzt 34 prozent ich glaube ich habe zwei minuten und paar sekunden zeit der häuptling gibt viel punkte ich habe jetzt 48 das ist noch eine hier sind welche kommst du jetzt fähigkeit ein kräftiger bei mir die steuerung spielt im teil ein bisschen als das man merkt es ist noch am anfang das spiel also auch probleme zum teil das ist die störung und reagiert zum teil nicht so vom drehen weiß vom bildschirm her drehen habe ich zum teil fast nicht zum gegner drehen glaube ich schaffe ich nicht mehr weil ich bin bei mir läuft alles perfekt ja doch das eben das mache ich ja aber spitzchen ach so bei mir ich glaube ich schaffe ich mache mal drückt naja das war eine rechte maustaste gedrückt da könnte die herausforderung des reisees aber muss wirklich fast alleine kämpfen weil sonst klappt es nicht bei meinem jetzt ist ganz deutlich wenn es nicht klappen will da kommen jetzt kommen kämpfer mit mir 72 prozent noch 40 sekunden ich glaube sie verdammt knapp ja ich brauche noch 23 cent da braucht noch 20 sekunden was am anfang war das wird sehr viele leute hier ich habe noch 30 sekunden und brauche noch 14 prozent ja 79 kannst du knicken du wenn so viele leute hier sind kann es funktioniert nicht bestanden ich versuche sie gleich nochmal 72 prozent bei prozent da fühlt sich viele leute hier hast du fast keine chance und klingt wenn wenig leute rum sind oder doppel kill okay dann zu glück jetzt geht es doch noch schneller mehr in mich deine mehr in deine richtung in hoffnung dass ich da auch mehr solche habe ich viel prozent hast denn schon ist gerade keiner und wie vor mir können kommt ganz jetzt seit solche großen typen an prozent geben prozent 19 prozent wo bei mir war jetzt gar nicht mit dem aus dem bildschirm kommt ich habe ich ne moment so jetzt wieder bei mir hat sie kurz unterbruch gegeben ich habe auswesend die spuren gehalten gestoppt wenn auf dem antrag ich bin auf die andere bildschirm seite gekommen und haben ja die spur geklickt und die nie gestoppt das ganze doch jedenfalls hat aufgenommen und hat mich jetzt da nicht im stich gelassen 25 alter ich hoffe die spur ist drauf als die tonspur nicht drauf gewesen wäre ich habe hier bomben entschärft achten wir haben ja ich war auch 28 jetzt dass wir die schaffen und ja das muss als kleiner anhang falls was bei mir gerade ein fehler hatte das mal vorkommen kann aber ja ich muss sagen diese wie heißt diese riesige welt die ist verdammt groß er ist immer so sollte eine welt sein riesengroß bekommst jetzt hier bei der schanzfieh kommt wirklich wenn du dir mal die karte an die erste siehst du mir erstmal wie sie jetzt nämlich sie jetzt gerade nichts mehr weil ich notfalls mäßig doppel doch schon weichen auf genommen ich denke es mehr wir haben jetzt jetzt mal gekappt müssten noch nicht so deutlich mehr übersagen ich würde sagen wir haben schon so zehn minuten 10 15 minuten ich hoffe ja dann lass nach dieser mission versuche nach dieser haus und das ist gerade kein gegner mehr doch hier bin ich falsch wo bin ich denn hier wunderbar über 66 prozent noch unter noch einen einen halben zeit ich finde gerade keine gegner mehr und ja doch hier sind welche scheiße sind ganz viele gegner wir sind hier gleich beieinander doppel kill 77 prozent habe ich jetzt das hat ein teil von mir zu gezählt doppel kill 81 was zählt die dazu wenn wir die zusammen kill heute bei mir hatte ich gerade erst ist ein jaja es gerade ja bisschen überfordert und es ist doch die fähigkeit nicht sofort ein das ist ja witzig über lange zeit um da die herausforderung zu meistern diese grad am längen noch ein sekund der 30 sekunden 12 prozent komplett nachher hat sie zeigt mich an bei dir ja ich habe 30 sekunden und dann machen wir dann sieht man es noch gerade jetzt würde ich gerade jetzt würde ich gerade aus dem spiel raus geworfen ich wurde das hier mit dem weg geworfen drei sekunden nein nein wegen zwei verfügten prozent auf die ausforderung bestand das ist jetzt natürlich ärgerlich ja tschüss bis dann Bis zum nächsten Mal.